Hallo liebe Freunde, wir sind zurück bei Dead Space 3 und wir haben rein zufällig gewusst, dass unsere Frau noch lebt und seine Ex-Frau, meine Neube. Ne, ne, ne. So, okay. Mach das Ding mal auf, ja? Du machst das Ding auf, ich stehe hier oben und guck mal, ob das passt. Was siehst du? Die beschießen nicht in der Tonne. Okay, dann lass uns einfach durch den wieder. Holy shit. Wir sollten noch ein bisschen warten. Ne, ne, ne. Zu lange warten, nach links. Wo müssen wir aber längs? Nach links, ja anscheinend. Nach links. Okay, ich go. Oh. Wie kann diese Kiste? Ich hab mich verlaufen. Oh. Du. Du. Ich bin hier richtig. Wo bist du überhaupt? Einfach weg. What's wrong? Oh shit. Was passiert denn jetzt hier? Ooh shit. Komm durch, komm durch. Oh shit. Hinter uns? Alles gut. Hinter uns. Ich hab sie von der Granate treffen lassen. Du hast nicht gesagt, dass da eine ist. Ich hab grad das Ding rausgezogen. Ich hab's nur gesehen, dass da... Das Ding hat mir auf einem Rot ge... Okay. Drei Behältnissen, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Erfalt. Warte mal, ich geh jetzt an der Statue. Wir sollten zusammen gehen einfach, weil... Wahrscheinlich sind hier Kinder. Man, wie soll ich denn immer dich heiß machen? Das ist so cool. Wow! Hinter uns von Sprengkunden, da hat sich dann neben mir in Luft gejagt und mein Körperteil ist doch verletzt. Ja, das war bei mir, glaub ich, aber auch. Ja, das... Oh mein Gott, dass man das jetzt die ganze Zeit hier muss, ey. Oh, Mann. Man sieht da oben auch, ey. Man sieht da oben auch, ey. So, warte mal. Komm, wenn wir mal hier durch, dann mach ich hier hinten unter uns zu, dann ist gut. Der kam aber von da oben. Da ist doch noch aufrecht. Mann, ich hatte es so von da unten sein. Da kommt der gerade. Mann, ich hab schon wieder die falsche Waffe draußen. Das nervt. Konate. Ja, das ist doch ein Waffe draußen. Ich habe es so von mir. Das ist doch ein Waffe draußen. Das ist doch ein Waffe draußen. Oh, das ist doch... Das ist ja auch nicht möglich. Waren das alle? Nein. Jetzt waren sie alle. Auf der anderen Seite wirft noch die ganze Zeit nicht. Waren, waren, waren. Hier ist eine Bunk. Das ist ja auch nicht möglich. Ich mach mir mal kurz ein Deck. Ein paar Heerfahrts? Ein paar Medipacks, ja. Bringt ihr sonst nix hier? Geh ich noch ab. Oh, ich brauche auch weg. Ich hab nämlich nur noch eins und das hab ich auch benutzt. Dieser Medipack-Verschleiß, ja. Zum Glück können wir die erst in die Gummibärchen. Ja, ich hab auch nicht mehr so viel. Ich hab jetzt kein Links mehr. Kein Gel mehr. Hab ich auch nicht mehr. Also so richtig wie Gummibärchen können wir die jetzt halt auch nicht so. Ops. Ich hab jetzt die Kleinen hergestellt. Egal. Die Kleine ist auch ein Großes. Oh, hei. Oh, hei. So. Toll. Sehen Sie doch, Carver. Noch eine Tür. Wir müssen in der Leere des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Surround zeigt. Wenn die Leute jetzt da drin sind, wundern wir hier echt einiges. So. Ja. Das wäre echt richtig crazy. Außer man kann von oben rein. Nein. Also hier ist auf jeden Fall erstmal auch eine Nachricht. Ach, das ist der Typ. Ich hab jetzt das Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Vögel ist jetzt in Mahath. Und dieser Ort wird vergraben werden wie alle anderen tausend. Ich weiß noch, dass ich meinem College-Professor erzählte, dass ich Xenoarchäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Was ist das? Was für ein Spektakel wäre es gewesen mit anzusehen, der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wird. Ein Westerakt, ein Einheimischer, ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. Ups, da ist mir die Tasche runtergefallen. Und wie liegt der? Liegt der unten an mir jetzt? Ich schieb sie mal mit mir auch mal runter. Geht grad nicht, der hat sich bei mir irgendwie festgehakt. Ich weiß den Dude auch mal runter. Oh Dude, nein, nicht da runter. Tim kommt glaube ich nicht mehr wo. Ne, der hat es damals schon wahrscheinlich nicht geschafft. Ne, der hat es doch eine Kölner erschossen. Nach oben? Ich dachte, wir müssen nach unten. Oh, bestimmt heiß. Oh, bestimmt heiß. Ach, es geht. Guck mal. Ja. Boah, die Kollisionsabfrage ist so scheiße. Wo muss er da durch? Ne, jetzt kommt ein großes Ding, oder? Man hält es doch bei den Kleingeschafften ohne Mist. Ja, eigentlich hätte man schon geklappt. Guck mal, es ist nicht die Kerne streng. Sollen wir das Dampfe abwarten? Ja. Toll. Der kommt jetzt rum? Gleich. Jetzt. Warum hast du das gemacht? Bei mir war kein Dampf da. Oh man. Das war echt bad. Holy shit ey. Wir sind einfach die besten Kletterer. Hat er vorher nicht gesagt, er schafft es nicht weiter, die beiden alten Maschinen zu aktivieren? Ja. Und jetzt liegt er doch hier. Okay, der ist doch wie so 200 Jahre alt, als er hier alles gemacht hat. Er hat es ja auch nicht geschafft. Naja, die beiden Maschinen draußen aktivierten, das Ding ja. Aber wer hat das alles wieder weggepackt? Ja. Januar? Ja, wahrscheinlich. Mit seinem Trupp oder so? Ah nee, der hat sich doch selbst erschossen. Ach fuck, zu früh. Da kommst du. Hä? Ja, ja. Schneller, dude. Schneller. Oh du, du bist scheiße. Er ist halt, du, du zu. Teleportationskills, Mann. Warte mal, bevor wir das machen. Wer hat diese Kisten hier hingestellt, ist die viel bessere Frage. Munition, die wir benutzen können. Unsere Hoffnung haben sie halt um 500 Euro nicht geabgelertet. Wie ist der hier hingekommen? Der muss hier hingeflogen sein. Geben Sie mir den Kodex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt, dass auf dem Spiel steht. Wir atmen alle mal durch, okay? Danny, geben Sie mir den Kodex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Warum ist dein Typ jetzt das Weichei? Wieso knallen wir den Kerl jetzt nicht einfach auf und schalten die Maschine trotzdem wieder an? Ja, es ist ja zu spät. Warum ist dein Typ jetzt das Weichei gewesen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich wäre hart geblieben. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der Nisch an seiner Entfernung. Möge die Evolution beginnen! Ja. Er will ja sterben. Das ist ja genau sein Ziel. Erden. Wenn ich hier fertig bin, wird alles zusammenbrechen. Alles. Du musst gehen. Nein. Ihr zwei müsst gehen. Gehen Sie zurück zur Erde. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Nein, mehr kann ich nicht tun. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Marker-Killer. Klar. Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Abby. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Ja, nach dem ganzen Shit hatte die auch keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Hat er ein Bild von sich selbst immer dabei? Er hat das extra mitgenommen, um es hier zu geben, Mann. Ja, ja. Seit Anfang an muss er aus. Diesmal kommt nicht meine Wege zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht einkehre. Okay. Wir werden Seite an Seite sterben, Mann. Was ist das für ein Riesenvieh, ey? Wieso hat man das im Weltall nicht gesehen? Wie soll man den Kerl nicht einfach erschossen? Dude. Ich benutze ein Teleportationsgild und porte da hin. Kapitel 19. Ende. Konvergenzstrügel. Der Portationsgild, wow. Aber die kann ich nur zeitlich begrenzt. Ich habe vorhin schon mal benutzt. Gib Gas, dude. Gib Vollgas. Ich frage mich, wie wir hier auch atmen können. Wir haben noch unseren Anzug auf. Ja, aber der hat auch nur gut den Sauerstoff, dachte ich. Es geht plötzlich bergab. Es geht weiter weg. Das ist kein Problem. Alle Wege führen noch oben. Lass mal B drücken. Lauf mir wirklich richtig. Wir haben nur einen Weg. Ist das der richtige? Weil was er hinter uns. Ja, dann könnten wir glaube ich nicht laufen. Wie liegt deine Käste? Wieso sie da liegt? Ich weiß es nicht. Mitgenommen wird sie trotzdem. Und der Dude, der ist ganz schön schnell. Das sind die schnellen Dudes. Oh, ich habe schon wieder die falsche Waffe. Das ist immer automatisch die falsche Waffe, wie du bist. Mega ätzend, Alter. Wo ist es lang? Ja, wir müssen das Ding da. Doch nicht. Nein, wir müssen das Ding da wegschießen. Diese Tentakel. Also wir müssen auch schon die Güte durchführen. So. Jetzt noch die andere. Oh, wo kommt der denn her? Dass hier wieder Dudes kommen, ist so vieles ätzend, ey. Oh, Mann. Man kann echt nirgendwo ohne Kämpfen durch. Doch, kann man hier so gut fliegen. Man muss nur die Dinger schnell. Kann man die hier überhaupt nicht? Alter, schon wieder die falsche Waffe. Das ist so ätzend. Naja, du hast immer dein Erster, glaube ich, oder nicht? Ja, aber ich würde sagen, wenn man die Einschätzung speichern, dass ich sie nicht haben will. Ja, aber du hättest sie einfach mal umsortieren können. Hier ist so. Hätt ich. Aber das hätte doch einfach die aktuelle Waffe, die ich immer draußen haben könnte. Einfach nehmen können. Bei 5B-8 hätte das nicht zu viel verlangt. Oh, mein Gott. Ah. oh Gott Alter Wann ist es? Ey, uns baut sich ein Weg zusammen Hast du den hinter mir noch verloren? Nope Schön drauf stehen bleiben Der hat mich noch weggecheckt Ja, dreht's noch Gibt Stoff Ich weiß doch nicht wo das eben angeht Ausweichen, ausweichen Nochmal ausweichen Rechts vorbei Links Rechts Weiter Alter Also, mit dem Weg habe ich nicht gerechnet Ich rechne gar nicht mehr Die Zeiten sind vorbei Zwei Ich sag doch, die Zeiten sind vorbei zum Rechnen Wenigstens fangen wir hier an Wie seid ihr denn noch mitgegeben Oder du? Entschuldigung Wurde war ich das da einfach weg? Ja, wäre echt geil Weil ich hätte so viel Zeit zum Reagieren Ja Wurde war ich schon zielen Wurde war ich schon zielen? Unser falsche Waffe Irgendwann werden wir es Naja, aber dann Nix mehr So Das große Finale Haben wir also erst beim nächsten Mal Bis dahin Tschüss Bye